Hallo, hallo und willkommen bei einer weiteren Runde. Ich und der andere da vor mir labern Scheiße bei einem Spiel, was absolut jeder schon Let's Blade hat. Wir machen jetzt, wir drehen jetzt die Folge 2.75. Der Dritte im Bunde ist leider verhindert. Seine Eltern sind vor zwei Minuten nach Hause gekommen, haben hier voll Gebietschleppt und dann so hoch in unser Zimmer gegangen. Hatte ich gedacht, mein Leben ist scheiße, macht jetzt Hausaufgaben und pennt erstmal eine Runde. Und wir nehmen währenddessen auf, wir sind voll die guten, vorbildlichen Kinder. Und deshalb... Ich will immer hinterdrücken für den Text, das ist für das Ding. So, ähm... Ja... Der hier neben nimmt auch mal auf. Nein, tu ich nicht. Okay, ich bring dich um. Nicht. So, du kannst weiter Koppels klatschen, ich, äh, fälle Bäume und wir sind alle glücklich. Glücklich. Äh... Dann gib mir die Spitzhacke! Ach so, stimmt, das war eine schlechte Idee. Ich merk grad, da war doch vorhin gerade eine noch drin. Ach, das wird ein Spaß, jetzt die Bäume zu fällen. Ja. Wie ist meine Fakte? Ich glaub, ich hab eine auch nicht. Müssten welche drin sein, ne? Ja, sieben Stück. Äh, ich nur vorsichthalber einen Eimer, in Simentar, mit Wasser drin. Ja. Na gut, der andere, der, der, der dritte Bund ist nicht da, das heißt, keinen Eimer wegtun. Oh, man wischst, ach so. Ja. Ich seh so absolut unglaublich viel. Gut, dass man meine Sicht nicht sieht, weil, äh, dann wäre er Black Screen bei euch. Ich will kurz das Tector Backpack schon zu Default gucken. Mal. Wie's bei den Bäumen aussieht, weil... ...meim aktuellen... Hm. Okay, wo wirst du hin? Ich? Mhm. Ich seh deinen Namen. Ja, ich hatte dich vorhin gesehen. Ich bin über den... Ich bin über den Dächern der Stadt. Mhm. Minecraft braucht lange zum Tector Backpack wechseln. Warum ist... Ah, ich freu jetzt gar nicht. So, jetzt hab ich drei verschiedene Tector Packs gezeigt, innerhalb von zwei... ...und zwei Minuten. Ein, zwei Minuten. Genau, halt. Das ist dein PC, das verkraftet, wenn du... ...Minecraft aufhast, die aufhören haben und dann noch das Textgepeck wechselst. Ich hab... Ich hab... Ich hab noch ein halbes Herz, also ist doch nix, ne? Ich guck hier grad auf die CPU, die ist ja daneben offen und... ...Core 1 und Core 2 sind zu 100% ausgelastet. Ah, du brauchst dringend mal ein neues Teil. Ach. Wolltest du eigentlich den alten noch behalten, sozusagen? Keine Ahnung. Der ist doch sowieso fast Schrott. Beleidige ihn nicht. Solange ich ihn noch... Das ist eine Beleidigung, das ist eine Feststellung. Solange ich ihn noch... ...benutze, da... Hallo. Hi. Wir brauchen auch nen Bogen. Weißt, PvP ist aus. Ja, ich hätt fast wieder... ...Hitte Grauen zu hart gemacht. Der Kaktus sieht lustig auf. Eher gesagt komisch. Das lacht doch, hm? Nö. Was ist das? Alter! Kann ich mir grad mal sagen... Wo steh ich denn grad drauf? Aufm... Ähm... Äh... Achso, du stehst aufm Kürbis. Das sieht aus... Hier von... ...jeder Seite, außer von der hier vorne, ist das grau. Aha. Hier vorne sieht es soll... Hm? Das sah bei mir... Äh... Erst so aus, als würdest du auf dem Wasser dahint... Äh... ...dahinter rumlaufen. Trontek, Chapek, lustig. Dann lach doch. Ich weiß, das ist witzig, ne? Soll man ja auch lachen. Hm. Boah, dass man am Blätter keine Fucken setzen kann. Hey. Mein Holz. Ah, wird sowieso nachher die Hälfte weg abgebrannt. Warte, 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 warte. Zieh ich. Hm. Okay, das ist Kobbel. Ich hab einen Ohrwurm. Verdammt. Oh. Da ist meine Axt kaputt gegangen. Müsste noch eine drin. Hier müsste noch eine drin sein. Wo klickt man drauf? Auf den Ofen. Wo ist noch eine? Ja, natürlich. Wo auch sonst, ne? Na, er dient als Brennmaterial. Wenn du einen Diamanten hättest, was würdest du machen? Schaufel. Was dagegen? Das ist richtig. Ich weiß, was kann man sonst mit einem Diamanten machen? Hm. Warten? Kann man was aus einem Diamanten machen? Äh, nö. Doch, Schaufel. Äh, nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Sonst, aber nicht. Ja, sonst wird mir auch gerade nichts spontan einfangen. Wann haben wir angefangen? Wie, wann haben wir angefangen? Mit dem Aufnehmen. Aber ich schätze mal so um 9 Uhr. Hm. Hm. Ähm. Ohh, fulfillment. Oh, 2 Äufel. Da 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 da. Um, da da, um, todo, dodo,こう. Heiligt ist euch in die Wiklomeち I wanna boven. Ist er unser Errat? Ähm. Sie LD nicht hoffentlich dass das nach Textur sein der ist eine so ich glaube ich habe jeden Ziel sollstück erwichten weiß ich nicht aber wenn ich für die Nachhinein Feuerzeug drangegangen wofür wir gar keine Eisenhammer gestanden und auch kein fliegt Stundermann kein Kinnis so total arm so total ankommen und statt dass der Mannes Feld erweiterten ich mach mal wieder auf die die Vorteil der Peck obwohl dann die Dateien so groß werden bei default werden sie größer als eine andere Datei gleiche Länge ohne wechseln ja ich habe hier einen Holzblock erwischt ich guck mal nach den Pilzen was die so machen sterben wahrscheinlich weil da Zombies jetzt gespawnt sind oh das ist doch doch ganz schön vermehrt und ich habe bei deiner Aufnahme gesehen dass es viel zu hell drin oder guck mal Light Level hier ist 3 hier ist 3 hier ist 3 wie siehst du das wie siehst du das wie siehst du das F3 unter F bei rechts neben Ice Mountains da ist BL BL ach so BL ist das Light Level so und was ist so das wo Pilze wachsen weißt du dort warum fehlt hier ein Koppel live google ich bau da gleich mal ne Treppe hoch das ist mir so zu gefährlich Pilze Minecraft die hat mal wieder keiner ne Ahnung von irgendwas ich muss gerade google hören google ist dein Freund ähm we are best friends we are äh wo ist was mit das ähm 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 Pilze verbreiten sich außer auf dem Zillium nur bei einem Licht Level von 12 und niedriger ansonsten spielt die Helligkeit bei der Geschwindigkeit wie sich die Pilze ausbreiten keine Rolle braune Pilze und Fliegenpilze wachsen mit derselben Geschwindigkeit wow dann haben die doch wachsen die doch ganz gut ne wenn die bei 12 schon anfangen muss ich jetzt weil ich aus dem Minecraft Wiki das abgelesen habe den Link dazu in die Beschreibung packen ich glaube jeder weiß wo wie man die Wiki erreicht ich meine das nicht ich meine das nicht Google ist dein bester Freund kein anderer die andere bescheißen nur die wollen nur deine Kohle genau ich brauche eine Treppe aus Holz wir haben so wenig Stein und so viel Holz ich habe mehr Speicher auf der Festplatte aber es liegt aber manchmal immer noch auch so schon nur noch auf 3 dran um ja und der der aufnimmt der macht natürlich nur den Kurs von Generator nachher guckte sich die Welt hat und für die CF was dann hier passiert ähm welche Skyblock Version ist das das die ohne die Sandinsel aber das blöd warum ist das blöd nun kriegt man Obsidian her festladen die Nase genommen noch eine andere Variante wer Sandinsel weiß ich das auch tun wir haben da geht kein Ratz da äh ach so oder was meinst du ne bei Skyblock muss man ja irgendwie in den Neta kommen beim Neta ja auch noch was ist was eigentlich ich war nie im Neta bei Skyblock ähm boah ich will jetzt mal auf die Singleplayer-Bild und da cheat müsste ne eigentlich das was wir schon haben ne m das heißt ich nur weil ich es nicht weiß das sagte nur weil das nicht weiß da hört es Leute mir gab es nix in der Birne ich hab nur was der Melonen mal wenn du Hunger hast wir haben jetzt Essen ne der andere muss nichts abkriegen hm 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 so warum passiert da nichts da muss was passieren hm 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 das ist das ist das ist das ist das ist äh gute Frage äh im Normalfall schon weil ich habe bei den Properties nicht geändert nix geändert und ich habe letztes erst auf einer anderen Welt gespielt wo direkt vor allem wenn Kriefer explodiert ist genau von meiner Phrase und ich habe es überlegt und ich wollte den Koppels ich habe Koppels damit so dann würde ich sagen Abo Abo wo geht es dann her raus hm hm ja jetzt ist natürlich hier drin Polen offen ne Was findest du schöner das Maus Design von Windows 8 oder das Maus Design von Windows 7 Boah war da nochmal der Unterschied ich habe Windows 8 so eine Woche gehabt und danach fand ich es zu scheiße um ehrlich zu sein ähm das die äh der Zeiger bei wenn man auf links geht äh ist anders und ja Hintergrundaktivität und so ach stimmt 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 da sagst du was da war was ich fand ich find das bei Windows 8 viel schöner aber wir werden das natürlich in Windows 7 oder wenn du es was da machen will dann sagt er dir ne fick dich da muss was anders da muss es natürlich komisch aussehen und jetzt mit Schiff versagt ne nein ein Schiff hat versagt nein wie viel Leit im Schiff hast du das aktuell bei dir ich sag nicht ich hatte es also ich hab so ein paar Stacks Holz ein paar Stacks Dias schweb Enchantment Table alles was man braucht ach da hey lass da was halt mal eine Treppe ich hab keinen Bock die ganze Zeit Oh Koppeln merk ich grade n hast du Koppeln? naja danke reicht aber nicht Ich hab's rausgekotzt. Osmanus. Das ist eigentlich bei Minecraft viel zu eklisch. Man kotzt die ganzen... Man kotzt die ganzen Items raus. Und jetzt fresse ich einen Apfel so, dass du die Partikel sehen musst. Wo? Das hast du verpasst. Ja, was ist denn Koppelhänge zu verladen? Da. Wo? Wo? Da. Acht. Du bist sehr produktiv in dieser Folge. Ah, es könnte sogar reichen. Auf den Punkt. Das waren glaubt nur die Koppels. Die du da seit... ...so gemacht hast. Ähm. Ah, ich glaub hier unsere... ...Dingens müssen wir weichen. Da war die ganze Zeit unter der Crafting Pinch. Er... ...also Gra... ...Gras. Das war da, Mann. Ja, das was unter der Kiste immer noch ist. Jetzt ist da ein Baum. Und so ein Mongo-Baum. So, die drei Ad-Blocke müssen wir weg und die müssen wir weg. Wenn man Timbal-Client installiert, ist das... ...äh, ist das auch auf dem Server so? Muss auf beiden installiert sein, glaub ich. ...fuck. Fuck. Äh, scheiße, ich glaub ja, jetzt darf der Wasser rein, ne? Oh, noch nicht. Boah, hab ich über Glück gehabt, ey. Du siehst doch da unten... ...hier, du siehst doch da Wassertropfen. Ja, aber ich hab gedacht, ähm... ...dass der hier schon, äh... ...Wasserblock wäre. Wo? Der da? Der da, den ich jetzt... Da! Ich baue weiter Koppel ab. Dong. Produktiv sein. Achtung. Einfacher Trick, um das zu bewältigen. Ja, toll, der muss ein Block sein. Oh. So. Ja, warte, ich glaub, das hätte sich vorhin auch schon von alleine... ...nicht gelöst. Die Druckplatte sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ja, du musst einen Holzblock hin. Also ich hab die, ich hab die Druckplatte, ah. Ich frage, wie platziert ihr da jetzt mal die Druckplatte hin? Hier ist Wasser. Ja, weil es von dir reingestrübt ist. Du weißt doch, was er ist, Buggy. Lava ist Buggy. Soll mit der 1,6 behoben werden. Nö, guter Witz. Ich versteh jetzt noch überall einen, einen Step und runter, sonst sieht das so kacke aus. Sonst sieht das so unregelmäßig aus. Der einzige, der hier... Ich glaub, das muss irgendwann nochmal behoben werden. Der einzige, der sich wundern wird, dass die Welt anders aussieht, ist... ...der Welt für you. Ich stell mal wieder den Ofen auf. Hast du die Workbench? Nein, die ist in der Kiste. Also hattest du die Workbench? Wie? Wo ist die Workbench hin? Die ist doch da. Da fuck? Ja. Du hast zuvor geklickt. Auch wenn ich nicht viele Reflexe, wenn ich selbst sind sie da. Ehrlich? Nein. So, war voll unnötig, wie viele Treppenstufen, und sich viele Dinge zieht ich mir gemacht. Noch jetzt? Ist ein bisschen unsicher hier. So. Ich stehe jetzt gleich irgendwo anders. Craft aber. Na, das ist nicht weit weg genug. So. Das reicht. So, was wollen wir denn machen? Ich bin noch mal spitze. Nein. So, nur voll. Also jetzt im Treppenhaus. Der hätte schon wieder unbefallen. Hm. Scheißwasser. Dann mal ein noch und zwei. No, hm. Nicht. Das sieht buggy aus. Was? Bei mir? Das Feuer dieser Fackel hinter dem Wasser. Ja, der links neben mir. Äh, die Fackel, die ist... Also die Fackel schon, aber das Feuer der Fackel. Ja, die Fackel steht nochmal. Das Feuer der Fackel ist schief. Äh, ein Fall für Galileo misst du. Ja, schön. Wie man... Wo ich hier gerade stehe und crafte. Hm. Wooden Door. Mach ein Haus. Was soll denn der Scheiß? Das ist erst mal, wenn man durchsprinten kann. Ja, okay. Ist gut. Sollte man hier mal, äh... Sieht das hier so gut aus? So. So könntest du halt noch bis ganz oben durchziehen, ne? Diesen Pfeiler. Noch ein. Genau so. Ja, schön. Ich mach da noch hier aus, warum. So. Das ist der Weg zum zweiten Stock. Ich glaub, das ist der ist zu viel, ne? Da kam auch schon der Lichtbacken. Ich glaub, da nix war auch schon zu viel. Ja. Schade. Schade, schade, Schokolade. Hörst du auch Wind? Ich hör da Lava. Mr. Lava, Lava. Da Lava. Komm, war gar nicht geklaut. Boah, ich... Mir fällt jetzt erst grad ein. Hm, wie soll ich die ganze Zeit keine Sounds... Sounds off. Jo. Jetzt gibt's mehr Unterhaltung. Ich klär's dir erst mal ein paar Berge. So, wenn die Musik es auch nochmal schafft zu kommen. Nein! Nein! Jetzt hat dieses scheiße Eis... Ist dann ein Bambus kaputt gehauen, ey. Ich fass das nicht. Das ist zum gegen die Wand fahren. Und du... Und du machst den Baum. Ich mach schon mal zwei Äxte. Was ist denn... Was ist das denn? Wer an den Baum möchte und eine Axt möchte da in der Truhe sind zweig War das alles von dem Baum? Nö, da ist noch was Genau, müsste noch was sein Genau da Guck da nicht nach oben bald vorher mit Zepplings Hastorf Fast oder Wie, Fast oder was? Graphics Ne, Fernsehen Dann sieht er den Baumstamm aber nicht Er hat Textrefekt, du siehst du siehst du Blätter bei meinem Textrefekt auch so oder so nix das ist fast nix das ist so unfassbar dunkel ich lasse mir mal runter also wenn der Fackel im Stil dann ist es richtig freundlich, aber wenn er kein Lichter ist, dann ist es richtig dunkel ich könnte jetzt Live-Downloading machen, der Folge ist sowieso nichts produktives so, da sind die Dinge drin und da sind keine Dinge drin ich klicke erst ein bisschen Holz auf und die gekostet werden oh, da ist ein Koppelsturm hm 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 Wende mehr zu Hause es gibt keinen Grund mehr zum Leben tschüss tschüss hm 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 dann gehe ich wieder hoch hier stirbt man nicht meinom Willst du keinen Massensterben? Oder hast du gerade Schaden genommen? Block. Die Meldung, die in Minecraft am wenigsten kommt. Player war success in a wall. Versificated. Oh, mein Auge! Oh, ich hab grad einen Ventilator angemacht, der schießt mir erst mal so 30.000 Liter Luft. Au! Voll ins Auge! Und sonst die gespielt und was sie da so in meinem Raum so zu so rumfliegt. Ich nehm schon halb Stunden mindestens auf, ne? Hm. Ich wollt nur, dass du es weißt. Wann steht da eigentlich so ein komisches X? Du bist nicht normal. Du bist nicht normal. Jeder andere sagt, oh, er ist ja gestorben. Wie? Ja, alle anderen denken, man, er wäre wirklich gestorben. Ja, warum schreibst du auch so ein X da hin? At me, fell out of the world. Schreib das mal. Ja. 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 Wir sehen. Ich rette das jetzt nicht. Ich... Da passiert nur irgendwas. Ne. Ich... Was slain by the air? Hey Apple Frag ich nicht wie ich da jetzt drauf gekommen bin, es ist einfach so Nein YouTube Bei YouPorn oder man? God Momo was slain by YouPorn Gamer 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 ich brauche dir keiner So dann Bastel ich mir mal Verdammt Ach du machst es mit Slash Du hast doch gesagt eben Add Ich habe gesagt Slash Seit wann wird ein Command mit Add gemacht? Ja deswegen habe ich mich schon gefragt Das hat mich schon verwundert so So ich bau da jetzt mal ein wunderschönes Häuschen hin Wie macht man das eigentlich in LoL und in ein anderes Spiel dieses Auto diese Autovervollständigung kann ich mir auch selber zubispern you can't send a private message to yourself schade sonst geht das jetzt können wir noch ein bisschen auf aufnehmen ich hab noch 76 GB frei naja das ist eigentlich voll wenig ich hab noch 500 GB frei aber ich nehme ja nicht auf ich hab einmal mit Camtasia aufgenommen weil ich Pokémon aufnehmen wollte und da ist die Musik zu laut dann wo nimmt Camtasia auf? ich hab gesagt nimm auf D auf was macht er irgendwann mit fast am Ende der Folge das war bei uns positiv sagt er mir sorry du kannst nicht weiter auf nehmen es voll ich guck auf beiden Festplatten drauf noch 10 GB drauf ok ok vorher 15 auf C na ist doch geil ja 10 GB sind noch mindestens drauf sagt er nö sorry ist voll und da ist ein Baum Vai baum 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 ach svenswerter das Öp das ist das was ich ganze Zeit höre jetzt kann ich es nicht bestimmen jetzt höre ich minecraft musik hätte ich jetzt auch gesagt es ist das du nix um um uns das moment nicht mehr bei der selbe unter dem moment und so zu rundherum um nicht verkannt worden was und so unternommen um ich war ganz woanders Das heißt, irgendwo unter dir ist eine Fläche, wo es frei ist. Das hier zum Beispiel das Pilzteil ist. Solange man über den Freiraum steht, kommt der Höhenzünder. Und jetzt mach ich mal, ich guck mich. Nein. Sie sagt einfach nur, yo. Yo, yo, yo. Ich guck jetzt auf, yo. Yo. Ich muss noch Deutsch-Berichthypungen machen. Aha. Ich sagte, Höhenmacher ist eigentlich falsch. Was machen wir falsch? Erstens, wie ich hier gerade stehe. Du bist... Ich wollte gerade laufen, hab die Maus losgelassen und dann ist sie hier so nach unten gegangen und das hat mir fast den Tusch. Und zweitens, um zum Festland zu kommen, um zum Festland zu kommen, 3-Block-Breiter-Weg. Ja, okay. Natürlich. Wir brauchen dreimal so viel Cobblestone und das ist schon ein bisschen. 512 Cobblestone, glaubt bei einem Block-Breiter-Weg. Und da hinten wird ein Let's Play gestartet. Nein, wieso haben wir das behoben? Das Feuer konnte man immer schön abbauen, dann das Item wechseln und der hat immer noch weiter abgebaut. Das war schön in der Alpha, um die Axt zu sparen. Mit der Axt fasst, bis der Holzblock kaputt gegangen ist und dann schnell gewechselt. Die Axt blickt ganz halt heil. Das war schön. Stimmt, ich hätte auch mal ein paar Supplicks setzen können, wie ich die Roll-Up-Girls habst, hast du jetzt die ganze Zeit gemacht. Arigato, ich danke dir. Das ist ein cooler Kürbis in dem Tektor-Pack. Jede Textur sieht Tron ähnlich, aber der Kürbis, der ist cool. Man sieht immer noch alles, nur ein bisschen heller. Da hat der Kürbis auf dem Kopf, ey, ist dann Döner. Hat der Döner auf dem Kopf, ey, ist immer noch verwechselt. Das sieht einfach gerade mal so geil aus, wie man einen Tektor-Pack-Eifermann hier einen Monitor auf dem Kopf hat. Oh mein Gott. Ich verballe das Zeug, als ob es kann, und es gibt kein Morgen mehr. Das ist Cobblestone. Nein, das ist mein bester Freund. Einfach mal schön, wenn man die ganze Zeit Links-Klick macht, dass man einfach mal manchmal die Maus aufblitzt. Ich sollte mal gucken, wie war meine CDU läuft. Nicht, dass sie gleich am Kochen muss. Äh, verdammt, der steht hier nicht. Da fällt gerade mal auf, ich habe sie runtergetaktet. Und Minecraft läuft trotzdem richtig gut. Das steht jetzt auch auf den niedrigen Takt. Das ist voll gute Staffel, weil... Da hingehen. Jo, sie bleibt voll auf 2 Korn. 4 Giga... Äh, Giga... Giga-Byte! Ja, natürlich ein Prozessor. Giga-Byte. Man weiß nicht, es gibt heute. Alles. Alter... Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wasser, warte, was ist das? Wasser im Arsch. Komma 5 Folgen oder Komma 7 5 Folgen sind länger. Weil da generell nichts Produktives gemacht wird. Ja doch, gerade in den Folgen wird was Produktives gemacht. In den Folgen, wo der andere dabei ist, eben nicht. Ja, jetzt bist du die zwei, okay, nicht die zwei hier. Irgendwann will ich mein Haus bauen, das ist... Ich bin dabei, mein Haus zu bauen. Wie einfach gerade mal wir beide Synchron abbauen. Okay, wegen dem Leck, nicht mehr Synchron, verdammt. Eigentlich müsste ich ja von dir Blöcke klauen. Ja, und du... Und ich von dir auch. Nee, 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 nee. Was stellt mein Skin dar? Keine Ahnung. Genau. Ich sage für keine Ahnung, er guckt mich ganz entsetzt an. Und einfach ein großes Schweigen. Ja, was soll denn da stellen? Welcher Mob in Minecraft hat sonst noch... Ach, Enderman. Oh mein Gott, der hat was richtig gemacht. Erraten. Apokalypse. Enderman. Oh, danke. Die sind die coolsten Mobs. Ja, die mag ich. Oh, wir nehmen schon über 40 Minuten auf. Meine Hintergrundmusik ist weg. Freu dich, dass du nicht aufnimmst. Ich darf mich nicht freuen. Was kommt jetzt an Zinterrommusik? Ich würde mal sagen... Eilog-Bullschirm von Lichterflächen sind okay. Was ist das? Hier, das ist okay. Aufhören. Sobald er auf Play gedrückt hat, klingelt das Telefon. Oh mein Gott. Woher weißt du, wenn ich auf Play gedrückt habe? Keine Ahnung. Ich rate. Nein, nein, nein. Ja? Wo bin ich behindert? Hä? Kamera muss... Guck, wo es tropft. Ich habe den Block unter der Lava weggebaut. Warte, warte. Nein, nein, nein. Nix bauen, nix bauen. Ich kann mich auch irren, deswegen... Ich pack jetzt... Hä? Warte, 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 nix, mal, nix, mal. Ach das! Okay, da was will ich denn? Du kannst auch einfach so dann Block platzieren. Ja, ich war jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich mich hier weggebaut habe. Und wenn ich dann ein Hinsitz in die Lava weg ist, ist das die Kacke. Du verstehn? Oder immer noch nix gut? Der Test. Man baue den Block hier neben ab. So, ich baue jetzt mein Haus mit nem Stackkabel. Sorry, mit nem Stackkabel. Die Fläche da links habe ich geboten, so in Mainz, ne? Äh, jetzt ist das jetzt mal was bezahlt. Ich brauche ein Schild. Äh, wer brauche ich? Ich brauche jetzt nicht das ganze Holz in Anspruch nehmen. Ich gucke jetzt ehrlich in die Küsse, das ganze Holz ist weg. Äh, das ist... Das kann man auf das Filz schreiben. Ich gucke doch mal nom nom nom. Nom nom nom. 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 Kom. Dann. Ist was? Guck dir mal das Schild an. Na, gucken! Fuck. Jetzt platziert ja gleich das Schild. So, dann würde ich sagen, das reicht mal so ganz viel. Ja, dieser Scheiß Eis, ne? Scheiß Eiszeit braucht kein Mensch. Nom 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 nom. Holzdieb. Ich hab hier wieder zwei Sticks reingetan. Ich hab hier wieder zwei Sticks reingetan. Äh, hä, 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 hä. Du musst nur ausleuchten. Vielleicht. So. Also ich weiß ja jetzt nicht, was du machst, aber ich geh XP fahren. Alles wegräumen. YOLO. Das muss in den Let's Play noch kommen, das ist wichtig. YOLO. YOLO. Da! Schuss wirklich Nein Aua Nein sind da noch runtergefallen Ich bin auf dem Ofen gespawnt Sind da noch runtergefahren Sie haben zuizid überhaupt nicht im Chat Sie haben zuizid begonnen Das was ich jetzt machen werde Ich schneide ungern etwas vor das Intro Also von der Szene vom Spiel Von der Aufnahme Da muss ich es machen und zwar Einfach nur das wo ich Nein und da hier einfach an den Chat ranzoomen Das hat Stil In dem Moment spawnt ein Baum Blöder Baum Nein eine Axt ist runtergefallen No there is a sun Hier ist ein Pfeil Hier ist ein Pfeil Wenn ich Thumbnails machen könnte wäre das das Thumbnail Diese Emotionen die der Pfeil ausspricht Einfach gut Man merkt dass es spät ist Dammit Failed Man merkt dass es spät ist der Humor ist im Arsch Die sind nicht anders You see You see Ja Baum Deine Blätter sind wohl irgendwie falsch Sind ein bisschen verrückt Und da das hier unten was eigentlich beim Baum waren soll Ganz verrückt sind die. Ja. Was wollt ich jetzt holen? Naxt? Naxt? Wenn du dir sehr decraftest. Nein, ich hab meinen Alltagsverholt. Was für ein geiziges Weizenfeld. Kamen da Weizen raus, aber keins sieht. Da ein Napfel. Wo hab ich vorhin bei meinem Skin stehen blieben? Achso. Was hast du gemacht, als du das aller allererste Mal einen Enderman gesehen hast? Oh, Fail. Das? Interessant. Nein, ich guck grad auf meine Bauwelt. Also, was hast du gemacht? Gehauen. Kleine Kinder haut man halt. Das ist jetzt eine Beleidigung. Aber du bist doch ein Großer. Wie, warum geht das Optifine Cape immer wieder an, wenn ich's noch nicht fertig hab? Ja. Na. Wow, das hat Fail mein Haus im Moment. Soll das hier dein Swimmingpool werden? Ich weiß es noch nicht. Spring nochmal rein, dann erfährst du es. F5. Aha. Interessant. Das wird jetzt schief gehen. Deswegen... Nein, mach's nicht. Achso, steht der Julian ist nicht da. Bewahr all deine Sachen und spring von dem Loch aus da in den Wasserstrahl. Gucken, ob du's schaffst. Was? Traut er sich's? Oder traut er sich's nicht? Und hab ich hier Fell gebaut? Ja, was hab ich? Das wird nie und nimmer was. Warum spiel ich Minecraft? Ich bin nur noch jemand nicht... Hast du die Klingel jetzt gehört? Ja. Ey, das kann gar nix werden. Das ist 22 Uhr rund und es klingelt jemand an der Tür. Ja, normal. Du nicht? Eigentlich nicht. Alter, dieser Eisblock! Hier zum allerersten Mal Minecraft gespielt, Enderman gesehen, Sounds gehört. Alt F4, Rechner aus, Spiel für zwei Wochen nicht mehr angefasst. Warum, wenn man einen Charakter setzt, hört sich das so an, es wird mal Wolle setzen? Normal. Ja, stimmt, normal. Ich hab vergessen. Ich vergaß! Meine eigenen Privilegien vergessen. Und dann... Ja, kann ich da noch... Da lang... Eins... Zwei... Drei... Okay. Minecraft Musik... Da, da, da... Genau die spielt jetzt nicht. Was hast du... Was hast du als... Was hast du als Einschlafmusik? Ich Minecraft Musik. Ich hab' Radio... Ich hab' Radio... Hit Radio Ö3. Das gibt's. Österreich 3. Das gibt's sogar als Fernsehsender. Ach, ne... Ne, äh, eigentlich, äh... Guck ich... Also hör' ich zum Einschlafen... YouTube-Videos... Ratz mich dann so bis 12 Uhr vom Rechner weg... Bis dann auf einmal das Stand-Buy von meinem Rechner ein Fail hat sich aktiviert... Und mich aus dem Schlaf reiß' und ich dann... Und ich, äh... Merke, oh scheiße, ich sitze noch am Rechner. Und das geht jeden Tag so. Du fragst mich nicht, warum. Das funktioniert auch noch. Ah, bei mir eigentlich immer so... Verdammt. Ins Bett gehen, vorher den Rechner auch noch rendern, hochladen. Hochladen mach' ich eigentlich nicht, weil... Das am meisten Internet zieht. Die Penner. Äh... Drossel kommen. Das möchte ich grad sagen, du Penner. Was sieh' ich? Ach so, das... Macht dann doch so den Sinn. Drossel kommen. Äh... Nein, ich hab' nicht gedrosselt. Zum Glück hat's bring' ich so um. Weil ich's persönlich. Oder ich ruft halt nur was an. Hm... Der legt den Job schon. Der macht ne bessere Verbindung. Für die... Höhlen-Sound, du bist aber auch immer bescheuert, oder? Äh, schon geht's schon. Ich hab' vergessen. Äh... Der Halter wird nicht vergessen, verdammt. Drossel kommen, ihr werdet nicht gedrosselt. Also... Äh... Äh... Hochladen und... Sonst... Äh... Dann... Hochladen, Rändern... Me... Me... Heißt ins Rennen. Block rum zum Gletschen. Hier kommen noch gar keine richtigen Blöckchen hin. Die kommen auf Slub, die Slubs, Slubs hin. hier fehlt eine Tür was war das denn jetzt was hier fehlt eine Tür und auf einmal nach hinten gesprungen ich bin hier so gerannt und dann bin ich aufs Feld gesprungen und deswegen ich dachte das wäre jetzt nicht mehr so wie es jetzt ist genauso wie bei diesem Block der ist nicht mehr so wie sein ihr bäume ihr wollt mich doch wohl verarschen ich geh mal wieder auf die bäume brauchst du leitern warum ich hab 27 vielleicht später mein haus irgendwie muss man ja ins zweite stockwerk oder ins hundertste stockwerk kommen auf welcher Höhe sind wir hier 67 das ist blöd Wind du hättest auch heute Mittag kommen können als es ein bisschen wärmer war der Wind so bei 35 grad nö hier so abends schön 20 18 grad Wind Wind ein ein Kollege 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 auf geht um 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 das auch wieder war zu ne die wpr ich gebe den tipp wenn du irgendwann mal beim youtube video die untertitel selber schreiben möchtest Nimm mit jemanden auf, der nicht so viel redet. Ich wollte bei Skyblock Folge 1. Was ist das? Ich hab gar nichts gehört. Was ist denn? Vielleicht kommt das was. Droh? Nö. Na, es kommt nichts. So, hier oben die spawnen die Blätter, obwohl hier nichts gemacht wurde. Da kommt schon wieder der Wind. Der Wind. Hui, das elendige Kimp. Hast du den Wind grad gehört? Hä, was? Ah, ja, nichts. Wenn, lad das an. Okay, ich will nicht. Oh, ich würde sagen, gleich muss ich mal aufhören. Das haben wir schon mal aufgenommen. Wie lange war? Aber gleich noch nicht jetzt. Wie lange war die letzte Folge? Eine Stunde? Oder anderthalb wenigstens? Eine Stunde 15, glaub ich. Live gucken aufm Kanal. Dauert, dauert, dauert noch ein bisschen. Bis für sich draußen reicht der Momo. Tausend Stunden in der Playlist geht schnell. Wenn's so weitergeht. Wenn der Herr LP nicht will. Verdammt, jetzt muss ich... Muss ich Humor LP nennen, weil mein Name auch einen LP hat. Pfff. Eigentlich hab ich das LP in meinen Namen nur gemacht, weil... Weil Baum. Oh, ja, wusstest du das? Oh, lecker, lecker Son und sogar. Ja, ich hab... Ich hab richtig geraten. Warte. Let's play Minecraft Skyblock Folge 2,5 Überlänge. Eine Stunde 15, zwei Sekunden. Ich hab richtig geraten mit meiner... Eine Stunde 15. Ist dir ja nicht aufgefallen, dass immer, wenn wir aufnehmen, es abends ist? Ja, morgens wär scheiß, morgens war der Schule. Nachmittag? Nachmittag. Stimmt, aber war's warm. Boah, ich hab halt alle Fenster in Mainz mal aufgemacht. Mach die nicht übern Tag auf, mach die übern Nacht aus. Ah, hier. Ich hab aufgemacht, halbe Stunde später. Das war der größte Fehler meines Lebens. Irgendwie erscheint, dass da ist kleiner. Von außen. Ich will schon wieder was für eine irrsinnig lange Leiter, der auch Amel ist. Kann auch nur Leiter sein. Ihr sind nicht lange Leiter sein. Nein! Kannst nicht. So, das, äh, ja, kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. Hm. Was wollen sie bestellen? Genau das. Okay, ich mach wieder auf. So, da kommt ein Grasting-Table hin. Und ein Haus. Da hinten sind schon wieder Monster und sogar mit dem Enderman, meinem Kollegen. Lecker, lecker Ofen. wir sagen, noch eine leckere Doppelkiste. Lecker Doppelkiste. So, dann ist hier der Raum schon mal fettig gestaltet. Gestalt, gestalt hitscht. So. Kann auch von außen schön grieven gehen. Alles, was das Herz begehrt. Was? Scheiße. Äh, warte, warte, warte! Dein Haus ist zu klein! Und, äh, da, 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 ha, 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 ha! Außer in gerade auf den Kniescheinen. Lass es! Ich will da aber versuchen. Hähähähäh. Das ist geil, du schlägst mit'm Schwert, kriegst Schaden. Ich die ganze Zeit mit der Faust nichts. denn dort wird zuerst mal keine bäume pflanzen die bäume so wie sie sind nein ich hab ja von den bäumen jetzt insgesamt so fast ein stack meine rede da ist auf deinem plateau ein kripper gespawnt hallo kripper er hat mich shutting down kaputt und jetzt final schlag und du lässt ihn runter ich hab das kein powder woa pinne du bist nicht dabei nein solang es kann sogar ein creeper in deinem haus ist eine spinne gespawnt vorhin hier ist nichts mehr sicher ouch ich bin sicher no 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 ha ha du verkackte drecks spinne wo war denn hier bitte schön eine spinne jetzt ja die hat mich vorhin verfolgt die hat die melonen teil hier ein paar zwei kaputt gemacht auch schon wieder zwei knochen und er kriegt die die Pasta das fällt wir haben wieder so erlebt und so ich hab gesagt ja hier werden wir uns gespawnt das sei die Tür ich habe gesehen dass ich bin mit mit Nipp auch n n und der Haltungskick von F arribe stöller 1 Ich bin Level 0,5. Creepypasta. Guckst du die? Was ist das? Ich kenn' den nur von Shadowsoul 1304. Guck dir Creepypasta an. Creepypasta irgendwas mit Thaddeus. Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus. Ich bin Thaddeus, 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 Thaddeus. I'm Thaddelein. So die Aufnahme ist noch am Laufen, ne? Ja. Ich hab' noch 55 GB frei. Ich glaub' dann können wir auch erstmal die Aufnahme sein lassen, ne? Jetzt haben wir insgesamt also, wenn der keine neue Datei anfängt, 23,4 GB aufgenommen. Und das darf er diese Nacht lang rendern. Das heißt, Rechner runterfahren. Äh, äh. Wieder nicht. Oh, was ist da heute los, ey? Hinter das muss noch gehen. Ich hab' nen Kürbis. Rechtsklick auf deinen Kopf. Du hast den Kürbis auf. Auf. Das muss es noch geben. Oder nicht? Ja. 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 Was? Du kannst auch ne Dia-Hacke verbrennen. Äh. Sind die jetzt gerade alle auf einmal verbrannt. Oder hast du die rausgenommen? Okay. Ja. Verbrenn die doch einfach. Oder zumindest mal ein Teil. Na. Da hab ich dir alles gegeben. Gegeben. So. Monster Spawn Club ab einem Light Level von 7 oder 8. 7 müsste es sein. Es gibt einen Mod, da ist ab 7 die Zahl erst rot. Alles andere ist grün. Ja. Den kenne ich. Äh. Süßel P.O.P. Was weiß ich jetzt sagen will. Haha, ja. Das ist so ne Mango. Ne, nur Wassermelonen. Mongo will ich nicht sagen, Mongos Mainstream. Und ich hab' so gesagt Wassermelonen. Ja, trotzdem. Ich hab' so gesagt. Okay. Sie müssen immer noch mal aufnehmen. Ja. Ja. Ich hab' so gesagt. Ja. Ja, genau. Ja, das ist doch. Ja, ja. auch vom Kiel ich wollte das Projekt ja eigentlich als pausiert gelten lassen wird dann wer auf einmal aufnehmen ja du bist nicht zu erreichen stimmt gar nicht wenn wir da immer ein Skype auf Abwesen dort beschäftigt beschäftigt so voll nicht so ist auch voll was anderes als sich zu erreichen mit dem Foto-Dienst oder ich bin auch falls offline anzeigen gut in die falsche Richtung Axt aha was denn wusstest du nicht, dass man Saplings verbrennen kann? das ist ne Melone das ist ne Melone ich will mein Pumpkin wieder haben, mein Chocolatern das ist nur ein Pumpkin ich hasse ein Chocolatern dann Aua das ist das ist ne Melone die ich will schon Kohl, die aus dem Ofen hoch ok, er ist ne Fackel ich wills die EP aus dem Ofen ich wills singen und ne Fackel der Kommentarstil von ihm und der Skin du hast dämlich warum du hast nicht vor den Skinnen absehbarer Zeit zu ändern eigentlich nicht, warum nur so ok, da in der Mitte müssen auf jeden Fall drei draus warum hab ich ne Melone abo mach was Schönes draus die Melone zu machen ist eigentlich totaler Betrug ja, das war ok, da kam jetzt genauso viel raus, wie viel ich für den Melonenblock gebraucht hab brauchen noch ein paar Melonen, mein Boden oder meine Wand wird aus Melonen kommt ein Creeper, bam wow oder doch aus holl na 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 oh, wir haben noch viele Saplings und können an den Ofen, ey das einzige sinnvolle, was man mit Saplings wirklich machen kann keine Bäume keine Bäume pflanzen, nein, wir müssen Zepplinge verbrennen Burn down ich weiß nicht, ob das mit dem Melonen-Dingend da so ne gute Idee ist warum sieht's nicht sexy aus? doch, sehr sexy nein, du sitzt nicht vor mir schön danke ja, ich weiß nicht, was haben wir oh ja I am back man hört das total, wenn ich das Headset stumm mache und wieder entstummen ich weiß nicht, was du bescheuert das ist auf der Zeit draufklopfen jetzt bist du leise was, ernsthaft? ernsthaft? du bist leise? ja ok, warte, warte, warte besser? viel besser ok einmal, äh, Headset neu äh, hier konfiguriert, besser gesagt draussen reingesteckt, dann geht das schon da läuft das und das sieht mehr als kacke aus gut sieht das aus ich find nix drauf ich find nix drauf äh, ich muss noch irgendwas produktives machen ja, wir wann willst du irgendwas auf deinem Kanal wieder hochladen? ja, wenn ich meine CD hab für den Greiber man kann auch in der Zeit so lange was anderes machen Ausweich Projekte ja, was denn? ich hab kein Aufnahmeprogramm ich hab kein Aufnahmeprogramm ich hab kein Aufnahmeprogramm was denn kennst du die runterladen um sein Bildschirm aufzunehmen das schon mit den Menschen mit den Fries Krim wie die Tüche Korder Fries Krim Fries Krim wie die Tüche Kort Kotz viel kostet nix für es auf Frieden du hast es nicht verstanden das ist beschwert vor allem die Aussprache Fries 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 Krim 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 das hat sich jetzt so angehört als ich meine Spanger bekommen habe nur so habe ich erst mal vor zwei Tage lang geredet du hast noch einen Spanger, ne? keine Feste mehr Boah, bin ich ey ich krieg demnächst die oberen raus am 16. Hauptsache ich hab's an meinem Geburtstag noch Oh, wass nom nom nom? Nom nom nom! Baumfell. Also nicht Baumfell, sondern Baumfellen. Jetzt wollte ich grad die Axt benutzen, um den Kobler zu holen. Gute Tat für heute getan. Oh, Nornbaum. Sagte gute Tat, Anna. So, ich würde sagen, dass Grundgröße von meinem Haus steht in Richtung demnächst. Coming soon. Coming soon on the channel. Ja, eigentlich nicht. Ja, an deinem Channel, wenn ihr meine. Never ever. Ever. Kauf dir Dxtory. Das hat bei mir nicht richtig funktioniert. Das hat bei mir nicht abgespeichert. Hattest du dir die Free-Version gerund? Ja. Dieser hat auch Bugs. Ich hab mir auch die Testversion geholt. Ja, ich hab mir auch die Testversion geholt. Äh, was als erstes. Hat schön gespeichert. Hat. Wollts abspielen. Diese. Dieses Pfeil ist ungültig. Dann. Okay. Schön. Wählen anderen Codec. Oh, abgestürzt. Tja. Gratis-Version nennen sie die immer so scheiße. Bei Fraps, man nimmt nur 5 Sekunden auf. Super-Gratis-Version. Das nützt von Gime voll. So, wir haben jetzt genau so viel, ähm, Saplings verballert. Damit wir ein Stick Rohholz zu Charcoal machen konnten. Level 2. Du hast vorher drauf geklickt. Du hellländiger Piecer. So, ich würd sagen, äh, jetzt machen wir aber Feierabend, ne? Warte, die, die acht Cobblestones müssen noch durchbrennen. So. Hoppla. Wegen der Aufregung auf die Steine gab's grad'n Leg. Jetzt haben wir uns gesagt. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wird's glaub' ne längere Folge als die überlängste Folge. So, jetzt ist noch ein Sapling übrig. Und, ähm, ein Sapling. Ein Sapling. Ein Sapling of Disaster. So. Crafting Table auch nochmal. Man hat irgendwie die Gewöhnung, sobald man sich ein Crafting Table gecraftet hat, macht man sofort Rechtsklick drauf. Ja, immer wenn ich mir ein Crafting Table mache, sofort Rechtsklick. Jetzt gähnt der auch noch. Ja, ich bin müde. Genes ansteckend sogar über Skype. Ach, wenn dich lauter macht, ist so ein schönes Klima. Soll ich dir die Nacht durchlaufen lassen vor meinem Bett, damit ich erst recht krank werde? Der will morgen noch nicht seine Arbeit haben, glaube ich. Wer weiß, dass es nur sechs ist? Was er für eine Arbeit? Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich muss eine Berichtigung vorzeigen, die ich noch nicht gemacht habe. Genau, deswegen. Nein, 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 nein. Genau, die... So. Ja, dann, äh, nochmal, Verschiede. Ciao. 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 Ciao.